Es ist eine Frau. Sie ist ungefähr 60 Jahre alt. Wer ist sie? Nicht identifiziert. Nicht identifiziert. Nicht infiziert? Identifiziert. Nicht infiziert. Identifiziert. Nicht infiziert? Nicht identifiziert. Nicht infiziert. Nicht? Kommen Sie her. Identifiziert. Nicht identifiziert? Nicht identifiziert. Nicht identifiziert. Nicht infiziert? Egal, suchen Sie Ihren Ausweis. Nicht identifiziert. Nicht identifiziert. Sind das orthopädische Schuhe?